Analog zu «gehen» plus «werb» aus Lektion 9 gibt es auch das Gegenteil, nämlich «kommen» plus «werb». Max kommt heute nicht arbeiten, Max kommt heute nicht arbeiten und am Sonntag kommen Tina und Paul zu mir essen, am Sonntag kommen Tina und Paul zu mir essen. Auch hier ein paar weitere Beispiele, ich komme kurz schauen, er kommt die Waschmaschine korreparieren oder auch als Frage, wann könnt ihr mir helfen?